Im Marvel-Spektakel Ant-Man and the Wasp wird die Geschichte vom einstigen Dieb, der zum Helden wurde, weitererzählt. Doch Ameisenmann Scott Lang fühlt sich in seiner neuen Rolle als Bekämpfer des Bösen noch äusserst unwohl. Naja, ich ruiniere es jedes Mal wieder. Vielleicht brauchst du nur jemanden, der auf dich aufpasst. Hi! Ein Partner. Dieser Partner ist keine geringere als die Tochter seines eigenen Mentors. Hope, alias Wasp, trägt ebenfalls einen Heldenanzug und ist Scott absolut ebenbürtig. Gemeinsam werden sie als Team auf eine neue Mission geschickt. Ant-Man und Wasp als Team. Mir nach! Sie scheint echt krass drauf zu sein. Während The Wasp von Evangeline Lilly verkörpert wird, schlüpft Paul Rudd erneut in den Anzug des Ant-Mans, welcher sich grosser Beliebtheit erfreuen darf. Scott Lang ist ein sehr nachempfindbarer Charakter. Er besitzt zwar keine eigenen Superkräfte, wurde aber dank seiner Intelligenz und seinem Wissen, diese einzusetzen, für die Rolle des Ant-Mans ausgewählt. Doch im Grunde ist er ein ganz normaler Kerl und das macht ihn einzigartig im Marvel-Universum. Unsere Prognose lautet, Ant-Man and the Wasp bringt nach den schweren Geschehnissen in Infinity War wieder etwas Leichtigkeit und Frische in die Welt der Comic-Verfilmungen und wird mit starker Besetzung, viel Humor und schwungvoller Action, Fans und Neueinsteiger bestens unterhalten. Das gibt vier von fünf Schirmchen. Das gibt vier von fünf Schirmchen.